Grüezi, ich bin Stefanie Borchardt und Teamleiterin der Lysernklinik. Wir brauchen tatkräftige Unterstützung und vielleicht sind sie uns. Und ich bin Lydia Suckup, ich gehöre zum Empfangsteam der Lysernklinik und arbeite eng mit Stefanie Borchardt zusammen und gemeinsam sind wir ein Eingesprächs-Team. Wir zeigen Ihnen heute den Einblick in unseren vielfältigen Arbeitsalltag in der Lysernklinik. Jedes Telefongespräch nehme ich mit Ruhe entgegen und es ist für mich schön zu spüren, dass wir am ersten Kundenkontakt eine vertrauensvolle Basis aufbauen können. Eingespielte Zusammenarbeit im Team und auch mit den Ärzten macht jeden Tag Spass und wir können uns aufeinander verlassen. Die Verabschiedung eines glücklichen Kunden ist immer wieder ein spezieller Moment. Ein herzliches Lachen und einen aufmerksamen Blick zu schenken erfüllt mich und es kommt immer so viel Dankbarkeit zurück. Planerische und organisatorische Arbeiten verlangen etwas Fingerspitzengefühl im Alltag. Genau diese Facetten lebe ich gerne aus. Im Backoffice führen alle Fäden zueinander. Ausdruck mit den verschiedenen Teammitgliedern am Mittag ist für mich immer wieder spannend und auch ein Preisenhumor fällt bei uns nie. Ich arbeite sehr gerne bei der Lysernklinik, weil kein Tag von mir der gleich ist. Ich habe immer wieder etwas anderes zu tun. Es ist sehr vielseitig. Am meisten gefällt mir und berührt mich auch, wenn ich sehe, wie Patienten glücklich aus der Klinik rauslaufen können mit der Arbeit, die wir geleistet haben und wie das Team sich gegenseitig unterstützt. Wir lachen viel, es ist ein gutes Klima und es gefällt mir einfach. Ich bin mega stolz auf mein Team. Gemeinsam sind wir am gleichen Strick und haben die gleichen Ziele vor Augen. Unsere Patienten so glücklich wie möglich zu machen. Und diese Leidenschaft zu spüren, ist als Chef einfach mega schön. Wer weiss, vielleicht darf man Sie schon bald bei uns neu im Team begrüssen. Wir suchen jemanden, der den Kontakt zu Menschen liebt, gut organisieren kann und eine ruhige Art hat. Das Wichtigste ist aber die Leidenschaft und das Inneren Feuer. Haben wir das entfachen können, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und das persönlich kennenlernen.